Hallo, ich bin Julia von dekadent-dekaf.com, der führenden Marke für koffeinfreien Kaffee in Großbritannien. Heute stellen wir uns die Frage. Macht Koffein süchtig? Fragen Sie fast jeden auf der Straße, ob er zwei oder drei Kaffee am Tag trinkt, und Sie werden viele Leute finden, die ja sagen. Beispielsweise konsumieren 80 Prozent der Amerikaner täglich Koffein. Aber fragen Sie dieselben Amerikaner, ob sie koffeinsüchtig sind, und Sie werden wahrscheinlich Nein sagen. Bitten Sie sie dann, am nächsten Tag ganz mit dem Kaffeetrinken aufzuhören, und Sie werden wahrscheinlich einige Ausreden finden und schnell gehen. Kurz gesagt, die Menschen rationalisieren in ihrem Kopf, dass sie die Kontrolle haben und den Geschmack, das Ritual und die Gewohnheit des Kaffeetrinkens und der Kaffeepause mögen. Sie sehen also nicht, dass Menschen regelmäßig oder einfach auf Kaffee verzichten. Kaffee und Koffein umgibt uns tatsächlich. Wir sehen es in der Küche, auf dem Weg zur Arbeit, im Bus, in unseren sozialen Medien, in der Bürokantine und dann auf dem Heimweg. Und es ist akzeptabel, Kaffee zu trinken. Was sagt die Wissenschaft über Koffein und seine süchtig machenden oder abhängig machenden Eigenschaften? Nun, es wurden ziemlich viele wissenschaftliche Studien zu diesem Thema durchgeführt, und die folgenden Schlussfolgerungen wurden gezogen. Nummer 1. Entzugserscheinungen von Koffein können intensiv sein, einschließlich Kopfschmerzen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Muskelschmerzen und Übelkeit sowie Heißhunger auf Koffein. Auf den ersten Blick scheint es süchtig machende Eigenschaften zu haben, weil es schmerzhaft und unangenehm ist, es aufzugeben. Roland Griffiths vom John Hopkins Bayview Center schloss eine Studie über Koffein mit folgender Aussage ab. Obwohl das Phänomen des Koffeinentzugs bereits früher beschrieben wurde, dokumentiert unsere Studie eine höhere Inzidenz des Koffeinentzugs, die für den Koffeinentzug erforderliche Mindestdosis ist niedriger und das Spektrum der Symptome ist größer als bisher angenommen. Roland Griffiths sagte später, Ich habe kein Problem damit zu sagen, dass Koffein eine leichtsüchtig machende Droge ist. Ich denke, das beschreibt es. Aber andere Studien widersprechen. Zum Beispiel veröffentlichte Dr. Sally Sado vom American Enterprise Institute, einer konservativen Denkfabrik, die von der American Beverage Association finanziert wird, 2006 eine Literaturübersicht mit dem Titel. Macht Koffein süchtig? Die Schlussfolgerung der Studie war, dass Koffein nicht süchtig macht, obwohl es schwach verstärkend ist und dass die möglichen verstärkenden Wirkungen von Kaffee möglicherweise nicht das Koffein sind, sondern eher das angenehme Aroma und der Geschmack von Kaffee sowie das soziale Umfeld, das den Kaffeekonsum begleitet. Es gibt also unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. In jedem Fall ist es wichtig zu verstehen, dass das Koffein im Kaffee verstanden und respektiert werden muss. Wenn Sie unser Koffein reduzieren oder ganz streichen möchten, sollten Sie darüber nachdenken, Ihren Kaffeekonsum schrittweise zu reduzieren, insbesondere wenn Sie ein starker Koffeinkonsum sind.